Heute besuche ich den Indopark in Ahrensburg. Hallo Emily, ich bin Viktoria. Ich zeige dir heute den Indopark. Wollen wir los? Ja, keine Zeit verlieren. Super, dann komm mal mit. Super! 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 Und wie gefällt es dir bei uns? Super, super gut. Ja? Super. Und was gefällt dir am besten aus? Hm, ihr selber und euren Kindergeburtstagszimmer finde ich ganz toll. Klasse, dann freuen wir uns, wenn du wiederkommst. Moment mal, ich gehe ja noch gar nicht. Nach dem Essen spiele ich wieder.